Ich bin so dankbar, dass Gott mein Leben in seinen Händen hält, aber auch das Leben meiner Kinder, meiner Familie, dass ihm nichts entgeht und dass er einfach diesen großen Plan von uns allen kennt. Vor Jahren, als unsere Kinder im Teenageralter waren, da war ich sehr, sehr angespannt. Ich dachte, ich müsste sie in irgendeiner Weise biegen und bearbeiten und dass sie sich in eine bestimmte Richtung entwickeln. Und ich war sehr angespannt dabei. Immer wenn es einen Gottesdienst gab zum Beispiel und es gab einen Aufruf, dann habe ich mich gefragt, wieso sind sie nicht da vorne? Wenn es ein Treffen gab, wo alle anderen anscheinend dabei waren, fragte ich mich, wieso sind sie nicht dabei? Und in ganz vielen anderen Situationen habe ich versucht, sie in eine bestimmte Richtung zu drängen und habe auch dafür gebetet und alles diese ganzen Dinge. Eines Tages sprach der Herr mit mir über diese Sache und er zeigte mir ein Bild, wie ein Spiegel, wie ein Foto, wie eine Situation, in der ich mich da befand und ich sah, wie ich einen Tonklumpen in den Händen hielt. Und ich bearbeitete diesen Ton und knetete und strich Wasser drüber und knetete wieder und im Grunde genommen hatte ich vor, ein Herz zu formen. Und in dem Bild merkte ich, dass es dieses Herz war von unseren Kindern, was ich in irgendeiner Weise bearbeitete. Und ich saß da mit verbissenem Gesicht, mit zusammengezweckten Zähnen und ich knetete und versuchte, ein gutes, ein wohlgefälliges Herz daraus zu machen. Und dann hörte ich in diesem Bild, wie Gott zu mir sprach und sagte, gib mir das. Ich zögerte, das weiß ich noch ganz genau, ich zögerte, ihm diesen Tonklumpen in die Hand zu geben, aber ich entschloss mich dann doch dazu. Und dann schaute ich ihm zu, wie er diese Herzen bearbeitete. Und er strich in großer Liebe immer wieder darüber. Er glättete alle Kanten. Er machte aus diesem Herz einfach etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Und es war so, dass er voller Güte und Barmherzigkeit und voller Liebe mit diesem Werk voranging. Ich hatte es versucht, in eigener menschlicher Position und Kraft zu drücken und zu pressen und es war wirklich nichts daraus geworden. Aber als ich mich entschieden hatte, Gott dieses Herz, dieses Ton, diesen Ton zu geben, in seine Hände abzugeben, konnte ich zuschauen, wie er etwas Besonderes, etwas Einzigartiges, etwas Wertvolles daraus machte. Und seine Liebe durchflutete dieses ganze Werk. Wenn du heute einfach an dem Punkt stehst, wo du sagst, ich weiß nicht, wie das mit meinen Kindern weitergehen soll. Ich weiß nicht, ob sie sich jemals für Gott entscheiden werden. Ich weiß nicht, ob ihr Leben gelingen wird. Und wenn du dabei bist, selbst zu versuchen und zu drücken und immer wieder da rein zu pressen, dann lass dir das sagen, lass das los, übergib das Gott in die Hände und bitte ihn, dass er das Werk seiner Hände vollendet. Ich bin gewiss, dass Gott wirklich einen Plan für deine Kinder hat. In der Bibel lesen wir, dass es da heißt, er wird unsere Kinder lehren und der Friede unserer Kinder wird groß sein. Oder die Kinder der Gerechten werden gesegnet sein. Das möchte ich dir heute zusprechen. Behalte das Bild vor Augen oder im Herzen, dass du, wenn du wieder dran bist, selbst zu drücken und zu kneten und so, einfach das abgibst an Gott und sagst, Herr, ich bete vor dem Thron der Gnade für meine Kinder. Und ich weiß, auch in dem Bereich hat Gott mehr für dich. Das ist das Bild vor Augen oder im Herzen, dass du, wenn du wieder da bist, das Bild vor Augen oder im Herzen, dass du, wenn du wieder da bist,